ein paar seid ja nicht nur mit euch nicht nur dichter ist ein video spiel und damit seid grüßt man ihm zu einem neuen netz test auf meinem kanal wir spielen bin da bis kronk stream anfängt bei dokus und dem bei dokus und demos muss ich dabei sein dieser kronk dass es vor allem das spiel und alle zuschauer wieder weg nee 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 das ist kronk is live und schon habe ich keine zuschauer mehr nee nee new game auf geht's mode spielt misst das nie mehr in demo aha spielt auch noch andere stücke hier während anstatt zu zu gucken so sieht es also aus der modi ist nicht ganz besser ja der warte bildschirm sieht ja schon mal ja tromatschoss in dem moment in dem moment werden kontakt in entwicklung warte zeiten sind schwere zeiten auf geht's once upon a time there were two twin sisters zora and yaga it was well past my sister sneaked out of the village i followed her as i always dead i took my bow pick up your bow oh hier können wir sind wir schon im spiel können wir uns schon wegen interact press i ist klar haben wir irgendwo unser bow überbogen schon unser bowen schon sieht nicht so aus wir haben wir Pilze ah ja ach hier ist unser bowen aha wir haben eine schmerzlich verfärbte hand ich komme ok und nun und nun zu weinen wir wurden ja ok press was müssen wir machen press 5 aha ok die mittlere muss das du mit kristalle das muss man natürlich mitnehmen noch steine sammeln das muss man sich selbst die kristalle 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 Ich glaube, hier sollen wir nicht hin. Hier sollen wir nicht sein. Phelon. Was haben diese Rahmen vielleicht? Da fliehen die Raben. Da kommen die abschießen. Wie sollen wir die abschießen um die Feinde? Die müssen wir erst mal machen. Federn müssen wir nur von dem Boden finden. Aha. Hier vielleicht. Craft and Arrow. Rekord und Winner etab. Ah ok. Wir haben einen Feindbogen. Wir haben einen Feindbogen. Wir haben einen Feind gemacht. Feind, der Red Oak. Na ja. Wollen wir nicht erstmal einen Fugel erlegen, nehmen wir das für etwas Größeres auf, dann schauen wir doch den roten Baum, Quick Shot, Press 4 Shot, Distant Shot, Long Shot, Holz, ja ist klar, Power Shot, Holz, Anti-Charge, Long, Distant, okay, Holz, ja, ich denke, ist klar. Shoot the targets on the Red Oak, ja, wir haben einen Fail, das ist ein bisschen, naja, jetzt haben wir noch zwei weitere, Wir müssen weit nach Federn und auf Holz gucken, Ich werde dich dort treffen, äh, Zora, war es du? Can't stand a second without a leash around your neck? How about you finally go down your own path? Aha, the path of darkness, the path of light. Ich habe nie, ich wollte mich schade, jemanden. Ich habe noch nicht, ich habe immer versucht, was richtig zu machen. Ich habe immer versucht, was richtig zu machen. Versuch es alles, was du kannst. Du hast alles richtig gemacht. Ja. Mal nach einem Zeitpunkt, da war ein Freak mit keinem Gesicht. Oh, was? Wie lange willst du sein? Wie lange willst du sein? Du bist nur in deinem Gesichter. Wie weitest du gehst, wenn sie nicht hier sind? Zora hat einen Plan. Sie hat immer einen. Es ist Zeit, du hast einen Plan. Du willst, hier, in den Wald? Du kannst nicht von Baba, Prinzessin. Ich muss nur die Räte finden. Die Räte? Wenn etwas schlechtes passiert... Stop! Dann vergessen die Räte! Die Räte! Die Räte! Die Räte! Die Räte! Was? Ich... Ist es in deinem Gesicht? Die Räte! Die Räte! Ja. Die Räte! Ja. Die Räte! Das ist eine andere schlechtere Läste! Okay, nochmal 5.4. Ich habe noch nicht so gut geblieben, seit Rora zu fallen. Ich denke, ich weiß nicht woher zu suchen. Aber erst müssen ich ein Fleisch bekommen, um meine Erachtung zurück zu bekommen. Ich gebe immer noch nachdenken. Und ein Tier, um ein Fleisch zu bekommen. Macht's gut. Okay, Jaga was haunted by bizarre dreams. She has heard her sister calling her. She has seen the Red Oak, a safe heaven where they would meet in darker times. She heard an unsettling voice telling her to find the hut. Forced out of her village, accused of unholy aliens with Barbara the Witch, she get out on a quest to find her sister and her friends. But first first she needs to eat. Aha. And that's the song. And Yang was a deal with eating 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 a egg and a sweet little eagle and we nothing. We can do of a a egg and egg a egg a egg a egg a egg a egg egg a young egg in egg Ich kann nicht zurück, nicht ohne Zora. Vogel, für ein paar Federn. Okay, zu essen bringt das nicht viel. Okay, von diesen Eulenlingern haben wir umgeschossen. Okay. Vielleicht mal aufsammeln. Crouch. Besser Vogel. Verdammt. Survival. Hier muss das doch irgendwo sein. Das ist ja fast zu gemein. Verfehlt. So Mist. Hart 1. Okay. Feier wieder aufgefüllt. Das ist ja fast. Das ganze Reh hat nur ein Stück Fleisch gemacht, das ist ja Verschwendung von Leben. Und dann zurück zum Map können wir sehen. Ja ungefähr Deutschland. Das ist ja fast. Ja. 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 Ohne ist doch das Feuer oder? der Weg ist versperrt wie soll man da hochkommen sind die Krampfe wir haben hier einen Apfel geholt den Apfel gekriegt wie kommen wir jetzt hier hoch normalerweise über den Stein oder auch nicht kommen wir hier irgendwie hoch hmm sieht schlecht aus das nennt man Kometkücher sag mir mal wie ich da hochkomme du hast das schon gespielt da die Wand hochkommen so kann sie nicht wirklich hüpfen so kann sie nicht wirklich hüpfen da müssen wir hin aber wie kommen wir da hin hier müssen wir jetzt hoch am Brunnen das könnte es halt sein dass es irgendwo einen Aufgang gibt ja ganz genau schon mal auf die Karte geguckt da muss man auch mal hinkommen da muss man auch mal hinkommen ah hier und dann hier so lang und dann hier so lang Antidot 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 Entsache Antidot ach hier ein Pfeil hier kann man hoch sind wir hier wir müssen erstmal mit dem Baum Hier müssen wir erstmal hin. Und kommen wir dann hier nochmal zurück? Wahrscheinlich nicht. Aber wir brauchen erstmal was zu essen. Fleisch. Cooking. Ah und did you catch the flames? Ah ja. Schön schön. Jetzt ist es noch blutig. Machen wir das Medium. Lecker Medium Steak. Player Status, Icons. Display versus Temporary Conditions. Regeneration heißt Fokus, Pulsions, Loader und Confusion. Okay. Oha. Was haben wir denn da? Mein Silberschwert habe ich leider gerade nicht dabei. Okay, das Monstrum liegt. Nicht besiegen. Oha. 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 got points. Are your critic creators for ? the eyes and ears are around the forest they might have few remarks on joney should you knock them down. Job beim brauch jamanests Apollo willios. Jaguar Cookions. Entschuldige mein frischenglisch. da mal rein in den dunklen Wald Oha, ein Haus Pfefferkuchenhaus Hände und Kretel Für unschen Wald Es ist ein Haus Das ist unsichtbar auf einer Klipp stand auf dem Baum Sneak ist gut, ich renne hier gerade rum Du wirst wie geht es, der Harz Oha Oha Ich habe mal einen Trank The Cold One Ah, haben wir hier so einen Skillbomb können wir jetzt hier können wir Level ein Buch ein Buch jetzt können wir noch weiter hoch Oh, nein Oh, nein Gefallen Es ist... Es ist du wieder Gefallen Aber Das ist nicht ein Traum Das ist Es ist Es ist nicht Es ist 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 Was ist das? Der, der auf dem Welt auf die Welt schaut. Aber schau, was ihm passiert. Und dem Welt. Lass ihn aus dem, was du bringst. Press die Zeal. Die Zeal? Du bist verrückt. Uh, ha. Endlich, ich kann etwas fühlen. Die Kuh, wo ist denn? Okay, was passiert hier? Nertzchen folgen. Schwarz-Katze. A, trail of crumbs? Those goddamn kids always get their crumbs in the yard. Haha. Schwarz-Katze. Schwarz-Katze. Oha. Du hastvised rich in Lima. Youööö. Nicht das. Z shameless子. jetzt aber hier weg was haben wir hier ein paar federn ein weiteres krümel hinterher verdammt So are you gonna stand here forever now? I could try jumping over. No. Figure out something that makes sense. Can't wait till we rebuilds to Butch. Giant mushrooms? I heard about you in old folktales. Never thought you'd turn out to be real though. What are you? Oh, shoot. A human girl. And she's holding a bow. Should we? Wait. This mask on her face. Don't know why exactly. But it makes her look almost familiar. Not many of your kind coming here. Have you lost your way, girl? Oh, I like her bow. It's such a nice bow. Can I touch it? Did she come alone? Oh, where is she? Keep it down, kids. Can't you see the groan? I'm... I'm looking for someone. And, well... The trail goes over the broken bridge, so... You see, Borvi? The bridge is broken. It must have been the fire, Drake, that burned it. You mean a dragon? A vile, bloodthirsty reptile? No way you've got a real one here. Of course we haven't. A dragon just happens to be the best cover-up for whoever's behind that honey hustle. Anyway, call me Borvi Borka. Slippery Jack got your serving. My name's Yaga. What kind of name is that? What's that short for? Quit your jabbering. I can't hear what she's saying. Would you... Would you happen to know another way across the river? There is no other way, I'm afraid. We could rebuild the bridge for you, but... Or rather have a bunch of beavers do it for us. Yeah, we should do this, but we need to take care of the fire, Drake, first. Um... It seems you've got a really burning issue here with the beast on your shoulders. But I really need to get across the bridge. So... Maybe we can help each other out? You seem like a crafty lass. Help us get rid of the beast. And we'll get the bridge fixed for you. Well, I'm... Okay, we'll besiegen the Drachen jetzt und dann... Danach gehen wir die Brücke repariert. Go find Rebel. A rather peculiar cursed type. He's a friendly face. Even if it's a bit hard to tell. He'll tell you what's what. Dragon or not, this thing needs to be taken care of. But you should start by finding my friend. The noble Grand Knight. And get yourself a good luck charm. Such as... A horseshoe. In any case, you should follow the dragon's roar. The roar? Hm. Just go to the caves west from here. All right. I'll see what I can do. Find Rebel. Okay. Okay. Möhm. Wollen wir hier hin oder? Hier müssen wir hin. Also hier weiter hoch. Ein Schrein, den wir noch gar nicht benutzt. Können wir auch jetzt gar nicht? Oh oh. Honigfarben. Wir haben ein paar Bienen besiegt. Ok, hier geht es weiter. Böse Bienen. Sehr schön, das war ein guter Treffer. Ok, was haben wir denn hier? Das Auge mitnehmen. Ok. Ein zu lange würde ich das hier nicht mehr spielen. Ich würde noch mal kurz reingucken. Ich wollte eigentlich schon nach der letzten Karz ziehen mal aufhören hier. Das machen wir auch direkt bei der nächsten. Ok, wo sind wir hierhin gelandet? Schreit ja für mich nach Postkampf. Dieser Raum. Hier ist ein Galgen. Nichts ist hier drin. Ein paar Federn. Hier ist nichts weiter interessant. Schade. Dann wird es vielleicht später noch. Das wäre Verschwindung von Plätzen. Ach du Scheiße. Ähm. Das ist schlecht. Getötet. Game over. Ja gut. Na dann. Lassen wir es bei dem schlechten Ende. Dann würde ich mal sagen. Wenn ich nach oben sitze ich gefallen haben. Dieses letzte Test. Ich habe noch einen angenehmen Pföstlichen Tag. Haut doch eine. Black Tail war das. Na dann. Ja gut.